Wenn ihr meine Shorts an oder meine Videos, dann könnt ihr mich auch mal langhaaren sehen. Ich lasse die manchmal einfach nur 2, 3, 4, 5 Tage ausfetten. Also wenn ihr keinen Termin habt, dann lasse ich meine Haare nicht und wasche mich nur so... Dusche mich ab und so. Und lasse die Haare einfach mal ausfetten. Weißt du das so? Ausfetten lassen? Also habe ich schon mal öfters gehört. Hallo Adrian, ich kann dich grüßen, klar. Ich kann dir auch mal ein paar Highlights hinzufügen. Also wie gesagt, die Haare. Ich habe eine saubere Dusche mit Shampoo und dann wasche ich meine Haare und dann meistens gegen Amt duschen. Dass sie über Nacht meistens dann trocknen. Also ich habe so lange Haare. Ich kann euch das auch gerne mal zeigen. Mal sehen, ich habe ganz lange Haare. Ich weiß, die Leute geben damit an, ich bin der und der, aber der originale Marek hat lange Haare. Ich kann dich auch mal offen lassen. Irgendjemand hat letztens zu mir gesagt, ich sehe aus wie der Aquaman von Marvel. Vielleicht ein bisschen. Hallo Larissa, ich kann dich ganz gerne grüßen natürlich. Also ich habe ganz, ganz lange Haare. Keine Ahnung. Ich habe die mal vor sieben Jahren wachsen lassen. Also Anfang 30 bis 8, also 7, 8 Jahre, ich lasse die jetzt wachsen. Zwischendurch habe ich nur einmal kurz alle Seiten rasiert, weil ich auf eine Hochzeit musste. Wegen Anzug und so. War voll scheiße, weil die Haare standen immer so ab wie so ein Clown. Und... Ja, ich habe auf jeden Fall lange Haare. Ich kann die auch mal offen lassen. Das tut die Haare, glaube ich, auch mal ganz gut. Hallo. Die lange Haare habe ich... Abschneide durch die auch nicht und lasse die noch mal ein paar Zentimeter wachsen. Und... Ja... Meistens habe ich die als zopftsam geworden. Deswegen sieht das aus, als ob ich eine Glatze hätte. Wenn ich die so zusammenbinde, dann sieht das aus, ich habe eine Glatze. Aber... Ich habe lange Haare. Wie man sehen kann. Manche hätten gerne so lange Haare, weil die noch in der Midlife-Crisis sind wahrscheinlich. Tschüss. Vier Leute noch. Vorhin waren 32. Ganz kurz. Oder 42 oder so. Abonnieren erstmal gut. Da freue ich mich. Ich will unbedingt die 500 erstmal knacken. Gummis habe ich auch ganz viele. Ich habe so eine... 10er Packung im Badezimmer über der Toilette hängen. Hängen stehen. Im Aschenbecher. Wer ist denn NWO? Naturschutz oder was ist das? Ja, ich grüße NWO. Höh. 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 Keine Ahnung. Böke Kramas gibt es noch dazu. Das war's. Ich grüße niemanden bei Rackhoch.